Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play und diesmal ist TZ dabei, der seinen eigenen YouTube-Kanal hat. Ich kann ihn ja in die Kanalbeschreibung mit reinmachen. Schöne Videos von Silvesterknallern. Also wer das mag, kann mal da bei seinem Kanal vorbeischauen. Ja, wir spielen als Twitch, also er als Twitch, ich als Ash mit Suana, Garen und Katharina, die alle als Random-Team-Partner sind, gegen Israel, Rumble, Noctum, Kasapir und Malfit. Tja, und Garen hat einen wunderbaren Ping, wie es aussieht. Wer geht mir denn? Willst du, oder soll ich? Okay, da gehen wir beide in die Mitte. Garen kann eigentlich allein auf den Line gehen. Noctum geht, geht Noctum junglen? Ja. Ja, da könnte man theoretisch eigentlich als erstes zum Mana-Parf geben, um Gäger, weil da ist ja immer ein Weiche, um mit dem Vorweg in die Stimme. Ja, und können wir mal hingehen. Verstecken wir uns dort und dann machen wir eine Färsch. Vor allem im feiergehenden Spiel habe ich hier gegen eine Morgana gespielt, also ein Vladimir war offiziell in der Mitte. Und Morgana kam nur von der Seite, die wollten mich beide töten. Ich bin 20, habe hier an meinen Tower vorbei, renne und renne weiter und hoffe, dass ich überlebe. Und was ist? Morgana stirbt am Tower. Hab zwar den Killen nicht gekriegt, weil ich nicht angreifen konnte, aber naja. Tausend. Ähm, ich nehme mal an, wenn unserer auf der linken Seite ist, ist der Ehre auf der rechten. Oh, ich hasse mein Tempo. Wir kommen in der Kluft der Beschwörer. Ich fiele sehr genau. Du bist unser Führer. Wollt ihr auch was davon? Ich weiß gerade nicht immer, ob ich den Ingame-Sound mit aufnehme. Kannst du sehen? 30 Sekunden müssen schnell weitererlangen. Wir müssen schnell runtergehen und es reale und sowas weggehen. Könnte man machen, aber warum denn? Nein, du bist der Ehre. Also ich muss das als erstes Mal abmachen. Macht der nicht einen normaler besser Angriff? Was? Nein. Das ist ja normaler, aber fast ja. Also das ist bei Wagen zu müssen. Hm. Dann mehr sehen. Wenn ihr schreibt mal in die Einfälle bitte, dann schubst du das. Genau, da gängt man den weg. Die Basallen sind erschienen. Darf ich mal hin? Oh Gott. Ich glaube, es ist noch falsch geschickt. Ja. Ich glaube, anstatt oben soll das anheißen, ne? Lass es da mal ruhig machen. Ich bleib hier. Okay. Einverstanden. Lass es. Kriegt jemand von uns Schaden? Oh ja, ich... Ach nee, du. Ich habe mich schon gewundert, wer kriegt denn hier den Schaden? Ich dachte schon, ich kriege den. Wursch. Sag mal, wie stark regeneriert der denn sich? Meine Fresse. Stillbeschlagen. So, ich gehe doch mal weg. Mit dem Leben. Jetzt aber schnell. Kommst du alleine zurecht in der Mitte? Weil dann gehe ich mal kurz hoch und helfe. Dodge. Oder du gehst hoch. Nachdem du zurückgegangen bist. Ich ziehe sehr genau. Ich kann es wieder drücken. Ja, nur kurz, damit die nicht in den Tower angreift. Oder auf dumme Gedanken kommt. Einverstanden. Ja, ich gehe dann sowieso gleich hoch. Wir müssen schnell weiter. Einverstanden. Nice. Wir müssen schnell weiter. Echt so schmackt, geil. Hm. Wo ist noch? Du musst was nachprüfen? Ein Gegner wurde. Zum Glück ist das Mikro an. Wollt ihr auch? Ich weiß, wer es noch wo ist. Ein Geschwürst hat das Spiel verlassen. Okay. Ich ziehe sehr genau. Ich ziehe sehr genau. Ich ziehe sehr genau. Ich ziehe sehr genau. Genau zwischen die Augen. Ach, der war wieder weg. Jetzt ist es wohl zu gut, dann werden wir ins gehen. Jetzt aber schnell! Moment. Noch erstmal hier oben ein bisschen am Turm schaden. Ich ziele sehr genau. Oh nein, wieso geht der Turm denn auf mich, Mensch? Wollt ihr auch was davon? Sehr genau. Hast du wahrscheinlich irgendeine Tatsche getrickt? Ist mir das eh nebenbei auch passiert. Genau, ich glaube so. Das muss natürlich scheiße sein. Einverstanden. Wir müssen schnell weiter. Wir müssen schnell weiter. Die Server. Ein Geschwörer wird das Spiel verlassen. Okay. Jetzt aber schnell! Du bist gerade weg. Wollt ihr auch was davon? Ja. Ja. Verdammt, der Turm ist fast tot. Gut. Jetzt will ich es noch als Skyburn. Aufwischen die Augen. Ja, ganz leise. Ein Diefner wurde getötet. Ja, ist besser. Ein Stillbestand. Der wurde getötet. Komm schon, geht kaputt, Turm. Ja. Der Turm zerstört. Wir müssen schnell weiter. Ja. Ich ziehe sehr genau. Ja. Ich habe einen Turm zerstört. Das hast du schon mitgekriegt. Und jetzt wollen alle drei Kasschen in der Mitte ganken. Jetzt aber schnell! Und Kasschen hat sich am Turm gerettet. Einverstanden. Okay, Katharina ist jetzt in der Mitte. Die hat deine Lane jetzt übernommen. Ich bin zurück im Spiel. Ah, du bist wieder da. Cool. Jetzt aber schnell! Dabei habe ich doch Frips an, nicht du? Ich ziele sehr genau. Ich ziele sehr genau. Hm. Wir müssen schnell weiter. Oh, ich dachte schon Ulti fehlen. Ich habe schon so Angst gehabt. Gerade noch so getroffen. Oh na, Blitzenhof. Wir müssen schnell weiter. Ja. Ja, komm. Oh, scheiße ey. Oh, scheiße ey. Oh, das ist aber doch. Oh nein, soll er nicht, soll er nicht, soll er nicht. Verdammt. Ach komm. Ich gehe eh drauf. Ich gehe eh drauf. Ah, scheiß nackt rum. Ich weiß nicht, wie die denn so schnell auf Level 6 gekommen ist, aber egal. Ja. Mhm. Wollt ihr auch was davon? Keine Ahnung. Dann gehst du halt hoch. Aber oben ist halt mein Feed. Musst du wissen, ob du das machen willst. Ein Verwünder wurde getötet. Oh nö, dann tu dich erstmal oben an Noctum Leveln. Wir müssen schnell weiter. Und da mache ich die Mitte. Ein Verwünder wurde getötet. Mhm. Na komm, Cassian. Wollt ihr auch was davon? Keine Ahnung, so einer geht plötzlich runter. Ich ziele. Haben wahrscheinlich irgendwelche Komplexe gehabt. Ein Verstand. Oh Alter, wie viel zieht denn die? Das ist doch krank. Leute, die haben 200 mehr Leben als ich. Jetzt aber schnell. Ja. Hast du oben Probleme? Einverstanden. Ein Gegner wurde getötet. Ähm, Cassius, Miss. Ein Verwünder wurde getötet. Mhm. Wollt ihr auch was davon? Keine Ahnung. Verdammt. Ich wollte nicht mal hoch zu gehen. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Mhm. Ich sehe, was hat Pässe sich geholt. Stiefel. Siehe genau. Ja. Ein Gegner wird zum Börsen. Jetzt aber schnell. Schmecken die Chips. Boah ey, das ist krank. Wir müssen schnell weiter. Oh nö, komm nichts. Oh nö, komm nichts. Oh nö, ist die Fahrt. Und wenn ich draufgehe. Du stirbst. Oh nö, komm nichts. Oh nö, komm nichts. Oh nö, komm nichts. Oh nö, komm nichts. Hey, ich hab einen Mann von Geschwert. Juhu. Alter, Rumpel hat schon 5 Eins, ey. Wollt ihr auch was davon? Oh nö, komm. Das läuft spitze so wieder. Oh nö. Wir müssen schnell weiter. Schatz, gibst du nicht wie... Wie können die denn das überleben? Jetzt aber schnell. Das ist nicht mal normal. Ja. Ah, ich bin schon wieder. Oh. Oh, die fallen. Oh no. Genau, ich rief in die Augen! Hey, ich gehe immer besser zurück, bevor ich hier noch sterbe. Ich glaub, das wird Katharina schon. Da, Loop-Team. Muss gerade von Soana kommen, mit 0-3. Einverstanden. Einverstanden. Oh, alle Mütter. Juhu. Wir müssen schnell weiter. Oh ja, ist ja gut. Wir kommen doch schon, meine Fresse. Genau zwischen die Augen. Gegnerische Doppel. Oha. Komm, hast du denn? Schön. Wollt ihr auch was davon? Und Soana nennt uns Noobs. Ja, ich seh's. Jetzt aber schnell. Hm. Was davon? Ich glaube, ich brauche irgendwie im Laufe des Spiels noch Magieresistenz, weil sonst geh ich hier noch drauf. Ich hasse uns einfach zu heftig. Jetzt aber schnell. Ich sag doch, das ist ein Pro-Gamer, ja. Pfff. Wir müssen schnell weiter. Lass uns mal ein bisschen ankommen, mal sehen. Ich brauche noch ein bisschen, dann habe ich mein Ulti. Hm. Der Überraschungsmoment ist schon mal weg. Ich ziele sehr genau. Ein Gegner wurde getötet. Wollen wir's nochmal versuchen? Sobald sie dir was eingetötet hat, können wir's angreifen. Na gut, wenn der halt weg ist. Wollt ihr auch was davon? Wow. Alter, Noctum, reiß dich. Ja, klar. Malphys schlägt einem und zu, nicht für'n Tod. Der Tau in der Mitte kann man auch vergessen. 20 Minuten. Uhhh. Spricht ist hin so da. Hm. Wir kriegen erstmal Magie-Resistenz. Einverstanden. Und in der Mitte geht's ab. Was will ich tun? Den wollte ich eigentlich haben, aber egal. Kein Problem. Hauptsache ich ermessen es wenigstens. Ich brauche einen Dollar. Das kann ich nochmal dauern.